Hey! Im heutigen Video siehst du, welche Dinge ich beim Minimalismus-Game ausgemistet habe. Wer das Minimalismus-Game noch nicht kennt, hierbei geht es darum, innerhalb von 30 Tagen insgesamt 465 Teile auszumisten und diese auch direkt loszuwerden und nicht im Keller, der Abstellkammer oder einer anderen dunklen Ecke zu verstecken. An Tag 1 mistet man dabei ein Teil aus, an Tag 2 2, an Tag 3 3 und so weiter, sodass man am Ende auf eben jene 465 Teile kommt. Auf die Idee gebracht hat mich die liebe Sarah vom Account Natürlich Leben, die das Minimalismus-Game selbst kürzlich gespielt und erfolgreich ausgemistet hat. Und damit geht es auch schon los und ich zeige dir meine ausgemisteten Sachen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Ranking dazu, wie schwer es mir gefallen ist, das jeweilige Teil auszumisten und links oben siehst du außerdem, bei wie vielen Teilen ich gerade bin. Wenn dir das Video gefällt und du mehr sehen möchtest, lass mir gerne auch ein Abo da und schreib mir einen Kommentar, was für ein Video dich besonders interessieren würde. Starten wir mit dem ersten Teil. Ein Lippenpflegestift, den ich erst kürzlich gekauft habe. Mein aktueller ist mir nicht pflegend genug und daher dachte ich mir, dass ich mich einmal durchteste, bis ich einen guten finde. Der erste war schon mal ein Griff ins Klo, mal abgesehen davon, dass der etwas Farbe auf den Lippen hinterlässt, pflegt er meine Lippen nicht wirklich. Und daher darf er wieder gehen. Als nächstes habe ich zwei Nagellacke ausgemistet, die ich beide nicht benutze. Den schwarzen hatte ich sowieso nur zur Lackkorrektur gekauft und daher nur ein einziges Mal genutzt und der andere gefällt mir getragen nicht. Und da ich sowieso sehr selten Nagellack trage, muss ich diese nicht behalten. Das vierte Teil ist ein Augenbrauenstift und zwar auch der, den ich seit Jahren benutze, wenn ich mich mal schminke. Ich habe mir den mal auf Vorrat gekauft und habe ihn noch ein zweites Mal. Allerdings, wie mir kürzlich aufgefallen ist, in einer anderen, passenderen Farbe und das hat mir dann auch erleichtert, diesen abzugeben und nicht bis an mein Lebensende zu behalten. Das nächste Teil, beziehungsweise die nächsten vielen Kleinteile, die gehen dürfen, sind diese Klammern mit Haken. Diese habe ich zum provisorisch Vorhängeaufhängen gekauft, allerdings braucht ja kein Mensch so viele davon. Mitgehen darf auch dieser rote Beutel, der eigentlich sowieso kein richtiges langlebiges Teil ist. Der war mal bei irgendeinem Möbelstück dabei und beinhaltete die Schrauben, die zum Aufbau benötigt wurden. Da ich ihn aber lange aufgehoben habe, ist er vollwertiges Mitglied der Familie geworden und wird nun wieder ausgestoßen. Dann darf dieses wunderschöne, süße Zuckertöschen aus Keramik gehen. Ich würde es gerne behalten, weil ich es schön finde, aber ich habe einfach keine Verwendung dafür. Das war übrigens bei einem Geschirrset dabei, das wir in der neuen Wohnung gekauft haben. Einen alten Zulferstiel gibt es auch noch, den ich nicht mehr benutze, da ich einen anderen Staubwedel habe und auch weg kommt diese Spritze. Auch weg kommt dieser hübsche Haarstab. Ich würde ihn sehr gerne behalten und nutzen, aber der Haarstab ist leider zu kurz für meine Haare und hält sie daher nicht in den Frisuren, bei denen ich ihn gerne tragen würde. Daher habe ich ihn schweren Herzens ausgemistet. Diese Lupe fristet nun auch seit fast fünf Jahren ihr Dasein in der untersten Ecke meine Handtasche und wartet auf ihren Moment, eine kleine Inschrift auf einem Stück Schmuck lesbar zu machen. Da ich sie bisher nie gebraucht habe, misste ich sie nun aus. Als nächstes gibt es diese unscheinbaren Kabelführteile zu sehen. Damit haben wir unsere Lahnkabel durchs Zimmer verlegt. Das sah absolut schrecklich aus und wurde mittlerweile glücklicherweise wieder rückgängig gemacht. Auch die brauche ich nicht mehr und falls es doch mal wieder soweit sein sollte, dass ich 20 Meter Lahnkabel auffällig und hässlich durch die Wohnung legen will, kann ich mir die kleinen Biester auch schnell für wenig Geld neu besorgen. Und weiter geht's mit diesem schönen Teil. Wenn ich es nur anschaue, überkommt mich schon ein Gefühl von Entspannung. Dieser Jade-Roller wurde zu Beginn meiner neuen Gesichtsreinigungsroutine angeschafft und seither leider zu wenig genutzt. Außerdem ist auch diese Routine mittlerweile wieder eingeschlafen, daher gebe ich ihn ab. Das nächste Teil bzw. die nächsten Teile nutze eigentlich gar nicht ich. Und zwar sind das diese drei Rasieraufsätze. Die wurden einmal benutzt und für schlecht befunden und liegen seitdem nur noch im Schrank. Also weg damit. Batterien kennt man, hat oder hatte man früher immer zuhauf in der ganzen Wohnung rumfliegen. Mittlerweile habe ich aufladbare, falls ich sie einmal brauche und daher kommen diese weg. Als nächstes kommt dieser tolle USB-Stick. Ich wollte ihn letztens einmal alibimäßig benutzen, um ihn nicht ausmisten zu müssen und habe dabei festgestellt, dass er nicht mehr funktioniert. Und so lösen sich dann auch manche Probleme einfach von selbst. Dann dürfen diese beiden Metallringe gehen. Ehrlich gesagt hätte ich die einfach als Müll gewertet und gar nicht mitgezählt. Da ich aber tatsächlich vorhatte, etwas damit zu machen, zähle ich sie mit. Als ich nämlich die Entscheidung gefällt habe, eine Kamera zu besorgen, habe ich ein DIY gefunden, bei dem man aus Bandanas und eben diesen Ringen einen Kamerariemen machen kann und wollte das nachmachen. Ich habe dann aber eine Kamera gekauft, die bereits einen Kamerariemen hatte und daher ist das hinfällig. Also dann jetzt in den Müll damit. Auch gehen dürfen diese alten Schwämme. Die könnte man an sich noch benutzen. Ich putze allerdings nicht so viel mit Schwämmen und habe noch welche in Reserve. Daher habe ich hier etwas ausgedünnt. Dann sieht dieses Brustier aus, das ich lange getragen habe, das ich aber schon immer unbequem fand. Dieses Relikt aus der Corona-Anfangszeit ist eine Stoffmaske. Zu Beginn und bevor die Medizin erfunden wurde, war es noch erlaubt, diese in der Öffentlichkeit zu tragen. An der Zahl 3 habe ich bis heute aufgehoben, weil ich dachte, sie würden vielleicht noch einen Nutzen finden. Nun bin ich aber bereit, auch diese abzugeben. Ja, Brillenputztücher. Jeder Brillenträger kennt es. Die fliegen überall und nirgendwo rum. Ich habe seit einigen Monaten jetzt eines direkt bei mir am Schreibtisch liegen und brauche daher kein zweites. Daher darf das weg. Vor ungefähr zwei Jahren dachte ich dann, ich würde mir irgendwelche schönen Sommerschuhe kaufen, für die ich unbedingt solche komischen halben Socken bräuchte. Statt erstmal Schuhe zu kaufen, gab es dann direkt ein Zehnerpack von diesen Socken. Schuhe dazu habe ich bis heute nicht, aber falls doch, behält der Messie in mir drei Paar, die ich dann darin tragen kann. Sieben Paare kommen also weg. Das mittlerweile 37. Teil, das heißt wir sind schon bei Tag 9 gelandet, ist dieses Küchensieb. Das begleitet uns nun auch schon eine Weile. Seitdem wir ein feinmaschiges Sieb haben, wird es aber nicht mehr genutzt. Und da dachte ich, es wird nun Zeit, es loszulassen. Relativ schwer loslassen konnte ich diese beiden Kissenbezüge, denn die fühlen sich einfach super hochwertig und fest an und ich wollte die eigentlich als Aufbewahrung oder Sack oder irgendwie benutzen für irgendwas. Nun ist mir aber seit ein paar Wochen keine Verwendung dafür eingefallen. Und im Endeffekt sind es auch nur Kissenbezüge. Daher kommen sie jetzt auch weg. Dann dürfen diese beiden Papiertüten ausziehen, für die ich mir auch wieder irgendeine Verwendung aus den Fingern ziehen wollte. Als mir nichts eingefallen ist, hat es dann aber auch Klick gemacht. Jemand anders kann damit bestimmt noch ein schönes Geschenk einpacken. Das 42. Teil ist dieser Taschenriemen, der bei meiner Handtasche dabei war. Leider ist an der Tasche die Befestigung abgegangen und diese konnte ich auch nicht mehr nähen. Daher kann ich diesen nicht mehr anbringen. Von daher muss ich ihn auch nicht aufheben, da ich sonst nur noch eine schwarze Handtasche habe. Dieses Architekturpapier wollte ich ursprünglich als Kritzelblock für meinen Schreibtisch nutzen. Leider kann ich diesen aufgrund der geklebten Seite nicht wirklich praktikabel flach auf den Tisch legen. Daher benutze ich ihn nicht und misste ihn nun aus. Ich habe ihn mir auch nur gekauft, weil ich ihn günstig gefunden habe. Sonst hätte ich mir natürlich auch kein Millimeterpapier geholt. Auch ausgemistet habe ich diese Hose, die ich wirklich sehr schön finde, auch getragen. Aber ich trage sie nie, weil sie relativ kurz an den Beinen ist und auch ziemlich unbequem. Da wird sich sicher jemand anders sehr drüber freuen. Diese T-Shirts sind mir wirklich schwer gefallen auszumisten. Das sind tatsächlich gar nicht meine, sondern die von meinem Freund und die hat er nun wirklich einige Jahre lang richtig abgerockt und dementsprechend verbinde ich auch viel damit. Aber mittlerweile sehen sie einfach nicht mehr schön aus und wir haben auch genug andere. Und daher dürfen sie nun schweren Herzens und in guter Erinnerung gehen. Auch von meinem Freund ist diese braune Tino-Hose, die er nicht mehr trägt. Und das ist das Teil, das mir am schwersten gefallen ist auszumisten. Das ist eine Jeans, die ich vor ein paar Monaten im Secondhand-Shop gekauft habe und die ich wirklich so schön finde. Auch die Qualität ist einfach super und sie war so günstig und ja, es ist einfach ein Teil zum Verlieben. Sie passt auch gut, sieht toll aus und ist eigentlich auch bequem. Aber auch nur eigentlich. Denn hinten ist sie sehr kurz geschnitten und das macht sie vor allem, wenn ich sie länger trage, unbequem. Und warum soll ich sie dann behalten, wenn sie mir eigentlich nur Kopfschmerzen bereitet? Ja, fällt mir wirklich schwer, aber wenn ich eine vergleichbare finden sollte, dann lasse ich dafür gerne eine neue einziehen. Dieses Bettlaken hat auch seine besten Tage hinter sich. Mittlerweile haben wir ja kein Bett mehr und ein Bettlaken haben wir noch auf unserem Topper. Dieses hier brauchen wir aber nicht mehr, daher wird es aussortiert. Im Winter ist diese Packung Katzenstreu eingezogen. Wir haben in jedem Raum ein bisschen in einem Behälter aufgestellt, damit das etwas die Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Momentan ist aber ja kein Winter und das nimmt viel Platz weg. Eine Katze haben wir nicht und falls wir es noch mehr brauchen, ist es auch nicht so teuer in der Anschaffung. Dann kommt dieser Kochlöffel weg. Ich stehe ja total auf diese Bambussachen, egal ob Löffel, Bretter oder Schüsseln und ich habe auch noch andere davon, aber der hier ist so unpraktisch wegen dieser Zacken, weil sich dort immer alles absetzt und der sich so schlecht reinigen lässt. Daher habe ich ihn hier genutzt und damit kann er weg. Auch diese Feuermelder sind schon einige Jahre alt und hatten bisher keinen Auftritt und bei uns werden sie den wohl auch nicht mehr haben. Genauso diese Glühbirnen. Wir hatten mal so eine Welle in unserer alten Wohnung, in der auf einmal alle unsere Glühbirnen hintereinander den Geist aufgegeben haben und überall bekommt man nur diese Birnen mit warmem Mais statt kaltem Weiß. Ende der Geschichte ist, dass wir noch eine Packung solcher Glühbirnen auf Lager haben, aber sechs brauchen wir dann auch nicht, zumal diese in unsere meisten Lampen gar nicht mehr reinpassen. Zu unserer Monsieur Cuisine gehört dieses Teigspatelteil. Das habe ich bisher fast nie genutzt und wüsste auch nicht, wofür ich es benutzen soll. Daher weg damit. Auch weg kommen diese beiden Keramikmesser. Beide habe ich seit Beginn nicht so oft genutzt und mittlerweile habe ich andere Messer, die mir besser gefallen. Somit brauche ich diese nicht mehr. Dieses Teil gehört auch zu unserer Küchenmaschine und ist irgendwie zum Drehen da. Auch das habe ich die letzten Jahre nicht einmal benutzt und es kann weg. Hier wäre eine vereinsamte Klammer, die bereits seit einigen Jahren alleine residiert. Ich hatte mir die mal für ein Kabelmanagement gekauft, allerdings waren und sind diese in der Form nicht geeignet dafür, da sie viel zu fest sind. Daher ausgemistet. Dann habe ich vor kurzem als Werbegeschenk ein solches Band mit Karabinerhaken bekommen. Genau genommen waren es sogar zwei. Allerdings habe ich dann das eine tatsächlich genutzt und oh Wunder ist es doch wirklich nach nicht mal einer Woche kaputt gegangen. Da sieht man auf jeden Fall den Sinn und Verstand von solchen Werbegadgets. Das hier ist so eine Art Schaber für unseren Tischgrill, um die Grillplatte zu reinigen, nehme ich an. Jedenfalls erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz, denn wirklich sauber wird das Feld ja dadurch nicht und am Ende muss ich dann nicht nur den Grill, sondern auch noch dieses Teil sauber machen. Daher brauche ich das nicht. Da ich den Grill aber sehr gerne mag und er auch nur relativ neu ist, fällt mir sowas immer schwer auszumisten. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, zusammengehörnde Dinge auch trennen zu können. Hier wäre ein kleiner SD-Kartenleser. Der war bei meinen Ersatzakkus für meine Kamera dabei. Allerdings hatte ich bereits einen anderen bestellt. Zwischenzeitlich dachte ich dann, okay, dann kann ich ja den anderen zurückschicken und habe Geld gespart. Aber der, den ich gekauft hatte, kann das Material schneller übertragen. Daher darf der bleiben und dieser hier muss gehen. Ich kann mich auch immer sehr schwer von Stiften trennen, aber ich habe vor kurzem einen anderen Koli als Werbegeschenk bekommen. Und wie da erwarten, ist der wirklich gut und zu meinem Lieblingsstift mutiert. Und diesen mochte ich noch nie so gerne und der schreibt auch nur noch, wenn man ihn ganz senkrecht hält. Daher wird auch der aussortiert. Die letzte Zeit habe ich eine gewisse Geschichte aufgebaut, was Sparschäler angeht. Nachdem mein liebster Schäler im Biomüll verschwunden ist und danach ein Keramikschäler einzog, der dann im Backofen gemeinsam mit den Kartoffeln zu einer undefinierbaren Form geschmolzen ist, habe ich diesem eine Chance geben wollen. Ein paar Tage später hat mir meine Mama einen ordentlichen geschenkt, so dass dieser hier, der wirklich gar nichts taugt, wieder ausziehen darf. Als nächstes ausgemistet habe ich Haargummis. Die finde ich alle gut, vor allem da sie kein Metallteil haben. Die schwarzen finde ich noch besser als die dünneren braunen. Ich habe von beiden jeweils noch ein paar und mittlerweile bin ich auch aus dem Alter raus, dass ich andauernd Haargummis verliere und daher dachte ich mir, dass ich einige aussortieren kann. Ich zähle diese aber jeweils nur als einen Teil, da ich sie auch jeweils zusammen gekauft habe. Weitere 20 Teile habe ich mit diesem Geschirr aussortiert. Dabei sind 6 Teile auf Espressotassen, 6 auf Teetassen, 6 auf Teetassen-Tellerchen und die restlichen 2 auf Eierbecher gefallen. Das 91. Teil und damit den Abschluss von Tag 13 bildet diese Burgerpresse. Nachdem wir zuletzt einmal den Trend des Smash-Burgers getestet haben, haben wir entschieden, dass wir in Zukunft unsere Burger immer so machen. Vorher haben wir die Patties auch eher mit der Hand geformt, da die Burgerpresse für unseren Geschmack doch etwas zu klein ist. Nun starten wir mit diesem alten Lappen in Tag 14. Auch gehen darf diese Einkaufstragetasche. Die hat leider nur einen kurzen Griff und ist damit wirklich unpraktisch, vor allem wenn sie schwer beladen ist. Außerdem gefällt mir das Design überhaupt nicht und daher nutze ich sie nie, also kommt sie weg. Auch diese Tragetasche darf gehen, die fühlt sich nicht so gut an und daher nutze ich sie nicht. Dann hätten wir hier ein 2020 abgelaufenes Desinfektionsmittel. Das sortiere ich nicht ganz aus, sondern werde es jetzt die nächste Zeit mit ins Putzwasser mischen und aufbrauchen. Ich zähle es aber trotzdem mal mit, da es eher eine Gewissenssache ist, es nicht wegzuschmeißen und aufzubrauchen. Auch diese Gläser dürfen gehen. Zugegebenermaßen habe ich eine Schwäche für solche Aufbewahrungsgläser und hebe die immer gerne auf, vor allem wenn sie auch noch schön und schlicht aussehen. Aber da ich sie seit Monaten und Jahren nicht genutzt habe, kommen sie jetzt weg. An die kommt man ja auch leicht wieder ran, wenn man dann mal eines braucht. Vor kurzem sitze ich an meinem Schreibtisch und auf einmal fällt meine Stuhllehne auf der rechten Seite ab. Und das Gewinde, in das die Schraube rein muss, ist spontan einfach nicht mehr existent. Und seitdem sitze ich mit halboffenem Cockpit vor dem Rechner. Da ich das Teil aber auch nicht mehr abfestigen kann, was soll ich damit? Weg. Diese wunderbare Kühltasche war bei einer Essensbox dabei. Ich dachte, ich würde die sicher mal benutzen und wollte sie aufheben. Dann ist mir aber irgendwann wieder eingefallen, dass ich sowieso selten irgendwo hin zu Besuch gehe und falls ich mal etwas zu essen mitnehmen möchte, habe ich noch andere Kühltüten, die ich nutzen kann. Zu einem ähnlichen Zweck habe ich vor ein paar Jahren diese Tortenkartons gekauft, um eben Torten mitzunehmen. Die Kartons fühlen sich aber total unangenehm an, ungefähr wie Styropor unter den Fingernägeln. Und für den seltenen Fall, dass ich dann eine Torte mitnehmen will, finde ich sicher eine andere Lösung. Dann misste ich diesen Proteinshake aus. Diesen hier haben wir erst vor kurzem gekauft und der ist wirklich für mich ungenießbar. Daher möchte ich mir den auch gar nicht weiter reinzwängen. Und dieser hier ist wirklich lecker, vor allem für einen Veganen. Allerdings wurde mir bei den letzten beiden Nutzungen so dermaßen schlecht davon, dass ich den ganzen Tag nichts mehr essen konnte. Vielleicht habe ich den irgendwie falsch gelagert oder so. Auf jeden Fall werde ich den nicht mehr aufbrauchen. Und ja, was soll ich sagen? Das war's mit meinen ausgemisteten Sachen. Ich bin stehen geblieben nach 103 Teilen und damit am 14. Tag. Ich habe es nicht geschafft, auf mehr Teile zu kommen. Auch wenn ich großzügiger gezählt hätte oder mich doch von ein paar Wackelkandidaten getrennt hätte, wäre ich bei weitem nicht auf 465 Teile gekommen. Das heißt, ich bin am Minimalismus Game gescheitert. Nicht mal nach der Hälfte. Und auf der einen Seite bin ich traurig darüber, dass ich es nicht geschafft habe. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass mir meine anderen Sachen so viel und genug bedeuten, dass ich sie nicht ausmisten möchte. Von daher bin ich froh und es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Aber auch wenn ich gescheitert bin, ist es natürlich noch nicht ganz vorbei, denn ich muss die Sachen auch noch möglichst schnell loswerden. Und dem werde ich mich jetzt widmen. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und hast Motivation bekommen, selbst auszumisten. Ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen und tausche mich auch immer sehr gerne in den Kommentaren mit dir aus. Zum nächsten Video kommst du hier. Ansonsten mach's gut und bis bald. Tschüss!